im wald mit elspit gestern ist die 14 wochen alt geworden so guckt sie ist auch schon extrem groß geworden und schneller fall auf jeden fall und wild die ist gerade richtig wild ich möchte unbedingt sprinten laufen ja stolziert sie durch den wald ringelschwänzchen ist aufgestellt da sieht man wie groß die jetzt doch schon richtige schnauze hat sie bekommen riesen riesen nicht aber schon definitiv groß also das ist ein großer welt ist sozusagen ja hier tannennadel im boden auch was neues mal gucken sie was ist das für ein geräusch und da jetzt los gelände ging ich gelände ging ich und wild das ist die elspit richtig das ist schnell das hier dobermann ist ja auch glaube ich die acht schnellste hunderasse also das ding hat auch ordentlich tempo also als wird als wird Komm Eltsabeth Komm Eltsabeth, komm Kurze Trinkpause und Eltsabeth liegt hier schön brav unterm Tisch und versucht dann einzuschlafen Und weiter geht's Wir sind eigentlich auch gleich schon wieder am Auto und dann fahren wir wieder nach Hause Also das heißt schon, es waren jetzt schon sieben Kilometer circa die wir gelaufen sind Eltsabeth hat da schon einiges an Strecke zurückgelegt Eltsabeth, komm Eltsabeth